Ich habe nie daran gedacht, dass mir jemals sowas passieren könnte. Es ist wie ein Messer im Rücken, so unerwartet. Ich kann machen, was ich will, ich packe es einfach nicht alleine. Es fühlte sich an wie eine Stoßwelle, die vom Kopf runter bis zu den Füßen durch den ganzen Körper lief. Stress kann tödlich sein. Viele Angestellte sagen, ich kann nicht mehr und wenn ich morgen zurück zur Arbeit muss, dann bringe ich mich um. Oder ich bringe sie um. Mein Leben war in Scherbenhaufen zusammengebrochen. Wir können Leib und Seele nicht voneinander trennen. Ich hatte Panikattacken, ich hatte keine Kraft mehr in den Armen, ich konnte keine Einkaufstüte mehr tragen. Ich habe mich eigentlich wie lebendig begraben gefühlt. Arbeit im 21. Jahrhundert. Immer mehr soll in immer kürzerer Zeit erledigt werden. Das zu schaffen, ist der Treibstoff vieler Karrieren. Es heißt, wer nicht für etwas brennt, kann andere nicht entfachen. Die Kehrseite ist Burnout. Ein Phänomen, aber für viele Wissenschaftler keine Krankheit. Realität oder Medienhype? Schmückt sich eine Leistungselite mit der Lifestyle-Diagnose Burnout? Ich habe in einer internationalen Kommunikationsagentur gearbeitet und wir haben weltweit verschiedene Kunden betreut. Das heißt, dadurch war ich auch viel unterwegs, habe viel präsentiert, Konzepte geschrieben, habe viel im Team gearbeitet, mit internationalen Teams zusammen und fand das sehr aufregend. Also ich hatte diesen Beruf mit Absicht gewählt, weil es eben so spannend war. Und beruflich war ich gerade, ja, erfolgreich, befördert worden, wollte in die nächste Beförderung, sehr engagiert und ich war auch sehr ehrgeizig. Also ich wollte das. Hohe eigene Ansprüche, gestiegene Erwartungen am Arbeitsplatz, die ständige Reizüberflutung in Beruf und Privatleben erhöhen die Belastung. Der Körper läuft auf maximaler Drehzahl, um den Anforderungen gerecht zu werden. Also habe ich eigentlich nur noch gedacht, du musst den Tag irgendwie schaffen im Büro und musst dir mir sehr viel aufschreiben, weil ich mir überhaupt nichts mehr merken konnte. Also ich habe alles vergessen und ich habe die ganze Zeit nur gedacht, das muss ich irgendwie schaffen, bis heute Abend durchzuhalten, statt an die Inhalte eigentlich meiner Arbeit zu denken. Und ich dachte die ganze Zeit, ich hätte was Neurologisches, einen Bandscheibenvorfall. Ich wusste, ich habe irgendwie gespürt, es ist was Ernstes. Typische Symptome für das Volksleiden Burnout. Burnout ist in aller Munde, ständig in den Medien. Doch ein Rätsel für die Wissenschaft. Das Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München, geleitet von Florian Holzbohr. Er versucht das Phänomen Burnout wissenschaftlich zu fassen und neue Wege zur Behandlung zu finden. Der Begriff Burnout kommt aus der Arbeitsmedizin und meint eigentlich denjenigen, der sich dauernd verausgabt und anstrengt und nicht den entsprechenden Respekt und nicht die entsprechende Anerkennung findet, dann immer noch mehr macht, bis er über seine eigene Leistungsgrenze hinausgeht und dann eben ein solches Gefühl der Leere, des Ausgebranntseins hat. Es hat ja auch was Positives. Wer ausgebrannt ist, hat ja mal für was gebrannt. Und die Depression dagegen hat immer noch so ein Flair, als sei da jemand, der eben sich überfordert hat und es nicht schafft. Burnout wird als Krankheit medizinisch nicht anerkannt. Im Werkzeugkasten der Wissenschaftler findet sich nur der Begriff der Depression. Die ist erforscht. Die will man weiter erforschen. Am Max-Planck-Institut will man herausfinden, wie das, was man über die Depression weiß, hilft, das Phänomen Burnout zu enträtseln. Wenn ein berühmter Fußballer oder ein Fußballtrainer oder wer auch immer sagt, ich habe jetzt eine Depression, ich muss mir eine Auszeit nehmen, dann steigt damit die Akzeptanz. Die negative Seite ist, dass so ein Hype entsteht und plötzlich jeder Zweite meint, er muss jetzt einen Burnout haben. Der Burnout ist plötzlich auf allen Titelseiten, in jeder Talkshow und es entstehen Bücher noch und noch darüber. Und damit wird das Ganze auch ein Stück trivialisiert, verwässert und lenkt die Aufmerksamkeit von denjenigen ab, die wirklich schwer krank sind. Florian Holzbohr ist Chemiker und Psychiater. Sein Ziel, die Chemie der Seele zu erforschen. An Burnout und an vielen psychischen Erkrankungen ist ein Faktor wesentlich beteiligt. Stress. Wertfrei betrachtet ist Stress die körperliche und geistige Reaktion des Organismus auf Anforderungen aus der Umgebung. Stress an sich ist nicht gefährlich. Im Gegenteil, wenn wir nicht zur Stressreaktion in der Lage sind, begeben wir uns in große Gefahr. Allerdings, wenn wir die Veranlagung haben für Stresserkrankungen, wie zum Beispiel Depression, wie zum Beispiel den sogenannten Burnout, Schlafstörungen und all das, dann wird eine Wiederholung von Stresssituationen oder ein Dauerstress tatsächlich zum Risikofaktor, dann kann eine solche Situation eine schwere Krankheit auslösen. Für die meisten Mediziner sind die Symptome von Burnout ähnlich den allgemein anerkannten Symptomen einer Depression. Daher sprechen sie in der wissenschaftlichen Diskussion auch vorzugsweise von einer Depression und versuchen Burnout-Patienten entsprechend zu behandeln. Tatsächlich ist Burnout von Depressionen begrifflich schwer zu trennen. Manche Mediziner behelfen sich mit dem Begriff Erschöpfungsdepression. Also bei mir fing es ja damit an, dass ich nichts mehr heben konnte, dass ich keine Kraft mehr in den Armen hatte und im Rücken. Daraufhin begann dann eine zweimonatige Odyssee von Orthopäden, Rheumatologen und Neurologen. Und nach zwei Monaten hat ein Allgemeinmediziner und Heilpraktiker zum ersten Mal die Diagnose gestellt, ich hätte ein Burnout und warum ich nicht schon längst krank geschrieben sei. Ein Schock. Natascha Derbort will die Diagnose erst gar nicht wahrhaben. Nachdem ich krank geschrieben wurde und 14 Tage zu Hause war und nicht arbeiten konnte, durfte, sollte, kam eine mittelschwere Depression hinzu. Die Forscher am Max-Planck-Institut für Psychiatrie suchen im Blut nach den biochemischen Ursachen von psychischen Erkrankungen. Die Münchner Forscher haben einen Bluttest entwickelt, der zeigt, wie gut ein Mensch mit Stresssituationen umgehen kann und wie hoch das Erkrankungsrisiko des Einzelnen ist. Sie messen dazu den Gehalt von Cortisol im Blut. Das Cortisol ist das bekannteste Stresshormon. Es wird aber ausgelöst in unserem Gehirn durch ein anderes kleines Eiweißmolekül, das wir umständlich Corticotropin freisetzendes Hormon nennen. Wir kürzen es meistens ab mit CRH. Dieses CRH löst bei uns Angst aus, es unterdrückt den Schlaf, unterdrückt den Appetit und richtet uns quasi aus, fokussiert auf die Stresssituation. In einer Stresssituation veranlasst das Gehirn, die Nebennierenrinde, das Stresshormon Cortisol zu bilden, das den gesamten Körper in Alarm versetzt. Herz, Gehirn und Lunge werden aktiviert. Weniger wichtige Funktionen wie Verdauung, Sexualtrieb und Immunsystem reduziert. Bei Dauerstress und entsprechender Veranlagung kommt es zu einer gefährlichen Überproduktion von Cortisol. Vom Tag der Krankschreibung an war ich so deprimiert, also mit der Diagnose, weil ich war ja plötzlich schwach, nicht mehr perfekt. Da war ich so deprimiert, dass ich nichts mehr gegessen habe und ich habe dann innerhalb von sechs Wochen acht Kilo abgenommen, weil ich nichts mehr gegessen habe. Das war eine Nebenwirkung von der Depression. Ehrlich gesagt, ich habe gar nichts mehr gemacht. Ich saß wirklich von morgens bis abends in der Wohnung, entweder in der Küche oder ich habe im Bett gelegen. Das Einzige, was ich überhaupt noch gemacht habe, war gelesen. Und ansonsten habe ich gar nichts mehr getan. Nichts mehr. Am Deutschen Primatenzentrum in Göttingen wird im Tierexperiment untersucht, was Dauerstress im Organismus anrichtet. Eberhard Fuchs studiert dazu Tupaya. Tupaya sind Spitzhörnchen aus Asien mit besonderem Revierverhalten. Tupaya haben in ihrem natürlichen Lebensraum in Südostasien ein ausgesprochenes, klares Territorialverhalten, gerade die Menschen. Und dieses Territorialverhalten können wir uns hier im Labor zunutze machen, dass wir im Grunde die Situation, wie sie in natürlichen Verhältnissen existiert, ins Labor übertragen. Das heißt also, wir geben den Tieren die Möglichkeit, sich über Territorialfragen, wenn man das so bezeichnen will, in einer Versuchssituation zu unterhalten und rauszubekommen, wer jetzt hier Chef im Haus ist. Diese Tupaya sind in einer Situation, in der sich auch viele Menschen im Berufsleben befinden. Das macht die Tiere für die Forscher so interessant. Wie reagieren die Spitzhörnchen unter Druck? Das Bewegungsverhalten der Tupaya verrät ihre momentane Verfassung. Das unterlegene Spitzhörnchen ist psychisch wie körperlich erschöpft. Es leidet an fortgeschrittenem Burnout. Mit der Stressforschung hat das insofern was zu tun, weil wir bei den Tieren, die unterlegen sind, also nicht bei den Revierbesitzern und den, sagen wir mal, dominanten Tieren, bei den unterlegenen Tieren feststellen, dass, was wir von der physiologischen Seite und von der Verhaltensseite und auch von der neurobiologischen Seite her messen können, sehr dem ehelt, was man unter anderem auch bei depressiven Patienten sieht. Alle Gehirnfunktionen, unser Denken und Fühlen, basieren auf der Übertragung elektrischer Impulse im Gehirn. Die einzelnen Nervenzellen sind über feinste Leiterbahnen tausendfach untereinander vernetzt. Unter ständiger Überlastung bilden sich die Verbindungen zwischen den Nervenzellen zurück. Die Signalweiterleitung ist gestört. Dauerstress führt also zu organischen Schäden des Gehirns. Die Folge, Konzentrationsschwäche und Erinnerungslücken. Stress hinterlässt Spuren im Gehirn und das wirkt sich auf das Verhalten aus. Ich glaube, die Tiere sind in einer Situation drin, wo es immer um die Auseinandersetzung oder Diskussion mit einem Vorgesetzten geht, wo der Vorgesetzte quasi sagt, ich bin jetzt hier und du darfst nur da sein. Und es ist keine Kommunikationsebene mehr vorhanden, wo man sich vielleicht arrangieren kann, sondern es ist eine Ja-Nein-Entscheidung. Und die Tiere, die letztendlich dann anfällig sind in diesen Stresssituationen, die auch nicht mehr reagieren können, entsprechend reagieren können und die sich dann auch selber helfen können, die kriegen dann die Probleme und letztendlich kommen sie dann in eine Situation rein, alles, was ich tue hier in der Situation, ist falsch und mir hilft keiner. Von Stress am Arbeitsplatz sind allein in der Europäischen Union 40 Millionen Menschen betroffen. Frankreich wurde aufgerüttelt durch eine dramatische Serie von Selbstmorden, die durch extreme psychische Belastung am Arbeitsplatz ausgelöst wurden. Burnout, eine Begleiterscheinung der globalisierten Leistungs- und Informationsgesellschaft. Jacques Renast, geboren in Guadeloupe, wuchs in Paris auf und studierte dort an einer Elite-Schule. Nach dem erfolgreichen Abschluss findet er sofort Arbeit und steigt schnell auf. Für mich war Arbeit ein Mittel zum sozialen Aufstieg. Durch Arbeit bin ich aus dem unterprivilegierten Milieu herausgekommen. Ich dachte, das kann man schaffen, wenn man hart arbeitet. Deswegen habe ich alles gegeben für mein Unternehmen und für meine Arbeit. Jacques Renast arbeitet viel. Er ist engagiert und findet Bestätigung in seiner Arbeit. Beruflich geht es lange Zeit stetig nach oben. Dann mit der Wirtschaftskrise in den Jahren 2000, 2001 begann sich alles zu ändern. Da spürte man Spannungen zwischen den Kollegen und den Chefs. Die Folgen, man hat uns viel mehr abverlangt. Die Leute wurden egoistischer. Das habe ich gespürt. Das soziale Klima erkaltet. Es kommt zu einer Entlassungswelle in Frankreich. Das schürt Existenzängste auf allen Hierarchie-Ebenen. Genast wird, wie vielen anderen, gekündigt. Arbeitslos? Ich? Unmöglich. Ich konnte es nicht fassen. Nach all dem, was ich geleistet hatte, mit meinem Studium und mit all meinen Fähigkeiten. Und jetzt stehe ich ohne Arbeit da? Ich fühlte mich herabgesetzt. Als ich dann arbeitslos war, musste ich ja damit klarkommen. Es hat mein Leben stark verändert. Ich war angespannt. Und das haben meine Kinder gespürt. Die Psychologin Marie Peset hat 1997 in einem Pariser Krankenhaus Frankreichs erste Notfallambulanz für Burnout-Opfer gegründet. Sie ist Anlaufstelle für jährlich etwa 900 Betroffene. Ein Problem, Burnout-Betroffenen zu helfen, besteht darin, dass sie oft erst kommen, wenn sie völlig am Ende sind, wenn sie am Rand des Zusammenbruchs stehen. Dann dauert es Monate, wenn nicht gar Jahre, um sie wieder aufzurichten. Häufig passiert es, dass Betriebs- oder Hausärzte sie dazu zwingen müssen, zu uns zu kommen. Sie wollen nämlich nicht aufhören zu arbeiten, weil sie große Angst haben. Wenn ich nicht arbeite, werde ich gekündigt. In Frankreich ist die Angst vor Arbeitslosigkeit sehr groß und die Mechanismen der Unterdrückung sehr stark. Genast kämpft um seinen Arbeitsplatz. Das Arbeitsgericht gibt ihm Recht. Der Arbeitgeber stellt Genast gezwungenermaßen wieder ein. Man begann Druck auf mich auszuüben. Ich wurde ständig kontrolliert, erhielt widersprüchliche Arbeitsanweisungen und täglich Erniedrigungen wie Mann, bist du blöd. Ach so, du weißt nicht, wie das geht. Das geschah auf sehr raffinierte Art und Weise. Zwei Monate ging das so. Und ich habe versucht, damit umzugehen, dem zu widerstehen. Seit Jahren von seiner Frau und den Kindern getrennt, fehlt ihm der familiäre Rückhalt. Erwiesenermaßen haben Alleinstehende ein höheres Burnout-Risiko. Ich hatte Verdauungsprobleme, sexuelle Probleme. Ich hatte zu überhaupt nichts Lust. Es macht einen Amorph. Und dazu dieses Gefühl, du bist schuld. Das alles ist dein Fehler. Du bist ein Versager. Das Selbstwertgefühl ist am Boden. Andere reagieren in ähnlichen Situationen radikal. Viele Angestellte sagen, ich kann nicht mehr und wenn ich morgen zurück zur Arbeit muss, dann bringe ich mich um. Oder ich bringe sie um. Man sieht also, wie der Angestellte mit Burnout von Angst beherrscht wird und sich sogar überlegt, gewalttätig zu werden. Anderen und sich selbst gegenüber. Der Burnout brennt in den Angestellten wie ein Feuer. Zwei Monate nach seiner Wiedereinstellung wird Genas zu einem Personalgespräch einbestellt. Er erhofft sich eine klärende Aussprache und Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Ich weiß noch, dass Treffen fand gegen 17, 18 Uhr statt. Es hieß, es sei informell, um ein Resümee der ersten beiden Monate zu ziehen. Aber alles stand schon vorher fest. Alles war genau vorbereitet. Ich denke mit der Absicht, mir wehzutun. Mich zu drängen. Ich fühlte mich wie psychisch vergewaltigt, als ob jemand in deinen Kopf eindringt. Als wir mit den Sprechstunden begannen, dachten wir natürlich, es werden die zerbrechlichsten Angestellten sein. Aber das stimmt überhaupt nicht. Mittlerweile gibt es ja 34 Notfallambulanzen mit tausenden von Fällen. Und mit der Zeit haben wir gemerkt, dass vor allem jene kommen, die ihren Mann stehen und die in ihrer Firma eine Art Wachtposten sind. Es sind die Angestellten, die sich am meisten mit ihrer Arbeit identifizieren, die alles tun, um ihre Arbeit bestmöglich zu machen. Die psychische Belastung am Arbeitsplatz kostet immense Summen. Depressionen sind Hauptursache für Arbeitsunfähigkeit und Frühverrentung. Der volkswirtschaftliche Schaden wird europaweit auf weit mehr als 100 Milliarden Euro jährlich geschätzt. Durch den Burnout habe ich verstanden, dass das Unternehmen eine Mühle ist, eine Fabrik, in der man produktiv sein muss. Ist man das nicht, wird man einfach weggeworfen. Wie sich die psychische Belastung auf den Körper auswirkt, wird hier untersucht. An der Universitätsmedizin Göttingen. Christoph Hermann-Lingen ist Psychotherapeut und Facharzt für Innere Medizin. Er leitet die Abteilung für Psychosomatik und Psychotherapie. Das Phänomen Burnout ist komplex und kann nur erfasst werden, wenn Forscher aus verschiedenen Disziplinen zusammenarbeiten, so wie hier in Göttingen Psychologen mit Herzspezialisten. Das EKG gibt Aufschluss über die Leistungsfähigkeit des Herzens unter psychischer Dauerbelastung. Die Herzultraschalluntersuchung zeigt, in schweren Fällen hat sich der Herzmuskel krankhaft verändert. Zusammenhänge zwischen Psyche und Körper sind ja etwas, was seit vielen Jahrhunderten, Jahrtausenden eine große Frage war. Und wir verstehen heute mehr und mehr die Zusammenhänge, die es dort gibt, auf der einen Seite wie psychische Prozesse über ihre Repräsentanz im Gehirn, über die Fortsetzung im vegetativen Nervensystem, im Hormonsystem, im Immunsystem, in den Körper hineinwirken. Und auf der anderen Seite wissen wir auch, dass körperliche Zustände auf verschiedenem Wege, entweder direkt über Nervenleitungen, über Hormone, aber natürlich auch über das Erleben, über die psychische Verarbeitung die Seele beeinflussen. Das Belastungs-EKG zeigt, bei einer Erschöpfungsdepression funktioniert das Herz nicht mehr so, wie es sollte. Nicht enden wollender Stress setzt Herz- und Blutgefäße einem Dauerfeuer an Stresshormonen aus. Das Herz im ständigen Alarmzustand ist überlastet. Die immer wieder auftretenden Stresssituationen führen dazu, dass einerseits die Blutgefäße einer ständigen Spannung unterliegen, die höher ist als eigentlich von der Biologie vorgesehen. Zusätzlich werden auch viele andere Körpersysteme im Rahmen solcher Stressreaktionen aktiviert, führen dazu, dass die Blutplättchen klebriger werden, dass das Immunsystem in Alarmbereitschaft geht und sich möglicherweise irgendwann erschöpft. Und durch das Zusammenspiel dieser verschiedenen Stressveränderungen kommt es dann tatsächlich auch chronisch zu Veränderungen beispielsweise an den Blutgefäßen. Und das ist die Grundlage, auf der dann irgendwann einmal beispielsweise Herzinfarkte entstehen können. Sascha Dengel war auf dem besten Weg dazu. Dreimal ist er zusammengebrochen. Dreimal Burnout. Und das ohne Mobbing und ohne Druck von Vorgesetzten. Ich habe mich in der IT-Branche selbstständig gemacht. Das heißt, ich fahre zu meinen Kunden und installiere dort Programme, mache Schulungen, mache den Service, Wartung, repariere auch. Und am Anfang habe ich bestimmt 80 Stunden die Woche gearbeitet, und zwar bis in die Nacht herein. Die Symptome, Müdigkeit, kleine Erschöpfung, das hat man zunächst mal gar nicht wahrgenommen. Und ich brauche auch den Erfolg zum Leben, mir die Luft zum Atmen. Ständig unter Zeitdruck, ständig erreichbar, immer mobil, auf der Jagd nach dem Erfolg. Wenn wir uns vorstellen, wie unsere Vorfahren früher gelebt haben, war das ja viel weniger geregelt. Es kam immer vor, dass unvorhersehbar eine Situation auftauchte, in der der Organismus maximale Leistung benötigte. Beispielsweise um einer Gefahr zu entfliehen oder um sich auf einen Kampf einzulassen. In so einer Situation hat das vegetative Nervensystem, aber auch das hormonelle System dazu beigetragen, dass der Körper in einen Zustand maximaler Leistungsbereitschaft versetzt worden ist. Also beispielsweise schnell weglaufen zu können oder kampfbereit zu sein. Dafür muss unter anderem das Herz schneller und stärker pumpen, um den Organismus mit Sauerstoff zu versorgen, den die Muskeln dann brauchen, wenn sie aktiv werden müssen. Was einst unseren Vorfahren das Überleben rettete, das stellt sich in der modernen Welt als lebensgefährlich heraus. In unserer heutigen Welt sind wir natürlich nicht mehr dem Säbelzahntiger gegenübergestellt, aber immer wieder kleinen Situationen, in denen solche Flucht- oder Kampfreaktionen ausgelöst werden, in denen das Herz schneller und kräftiger schlagen muss, in denen Blutgefäße sich vielleicht verengen, um den Blutdruck zu steigern und die Durchblutung beispielsweise im Kopf auch zu begünstigen. Und in solchen Situationen entsteht immer wieder eine Spannung auf die Blutgefäße, es entsteht immer wieder eine Belastung des Herzens. Und das kann auf lange Sicht in bestimmten Fällen krank machen. Ich dachte, ja, was kommt, das geht auch wieder von alleine. Und das hat ja auch Monate gedauert dann, bis es ganz akut wurde und nichts mehr ging. Und ja, da macht man sich zuerst mal nicht so viele Gedanken, bis es dann immer schlimmer wird. Und dann fangen die Gedanken natürlich an. Das war ein zusätzliches Problem, dass man nicht wusste, was es ist und sich Gedanken machte wie irgendein Tumor oder ein Herzproblem, ja, also irgendwas Schwerwiegendes. Und das hat die Angst natürlich noch vorangetrieben und die Symptome noch verstärkt. Das war damals so, dass ich unterwegs war zu einem Kunden. Und während der Autofahrt, es fühlte sich an wie eine Stoßwelle, die vom Kopf runter bis zu den Füßen durch den ganzen Körper lief. Und mit dieser Stoßwelle auch jegliche Energie raubte. Der Kreislauf in den Keller ging und ich fühlte mich plötzlich ganz, ganz schwach und zittrig. Und in dieser Phase musste ich halt natürlich schnellstens anhalten und das erst mal verdauern, ja. Ich war natürlich ziemlich deprimiert, dass es mir so schlecht ging, dass ich nicht mehr weiterfahren konnte. Und wusste ja gar nicht, woran es liegt und wie es weitergehen könnte. Ich wusste nicht mal mehr in der Situation, wie ich heimkomme. Und das war keine angenehme Situation. Der schlimmste Moment war der, dass ich zu Hause in meiner eigenen Wohnung nicht mehr viel machen konnte. Ich konnte keine Zeitung mehr lesen, kein Fernsehen mehr gucken. Ich konnte nicht mehr einkaufen gehen und es fiel mir sowieso schwer, überhaupt aufrecht zu gehen. In München am Max-Planck-Institut für Psychiatrie suchen die Wissenschaftler nach den Ursachen, die unser Gehirn krank machen. Unser Denken und Fühlen basiert auf Nervenzellen, die milliardenfach untereinander vernetzt sind. Man kann davon ausgehen, dass das menschliche Gehirn aufgrund dieser enormen Komplexität wahrscheinlich eins der komplexesten Systeme im Universum ist. Und der elektrische Signalfluss innerhalb dieses Organs entscheidend daran beteiligt ist, wie wir uns verhalten, was wir für Emotionen empfinden. Unter dem Mikroskop sichtbar, Nervenzellen einer bestimmten Hirnregion. In ihr werden Sinnesreize bewertet, ob eine Situation Gefahr bedeutet oder nicht. Dieser sogenannte Hippocampus ist entscheidend für unsere Stressbewältigung. Bei einer psychischen Stresserkrankung sind die Nervenzellen dort weniger miteinander verknüpft. Man kann daher davon ausgehen, dass psychiatrische Erkrankungen mit der Veränderung des elektrischen Aktivitätsflusses im Gehirn einhergehen. Und wir versuchen zu verstehen, welche Veränderungen in diesem elektrischen Aktivitätsfluss vonstatten gehen. Die Münchner Forscher können dem Gehirn sogar bei seiner Arbeit zusehen. Eine nähe Lösung versorgt präparierte Mäusegehirne mit Zucker und Sauerstoff. Farbstoffe in den Nervenzellen reagieren auf elektrische Impulse. So zeigt sich im Mikroskop, welche Nervenzellen gerade aktiv sind. So verfolgen die Forscher in Echtzeit, wie sich Impulse über ganze Hirnareale ausbreiten und welchen Einfluss die Stresshormone auf die Gehirnfunktion haben. Es gibt viele Befunde, die deutlich zeigen, dass dauerhafter Stress die Übertragungsstärke an Synapsen zwischen Nervenzellen dauerhaft verändern kann. Und auch zu sogenannten neuroplastischen Veränderungen im Gehirn führt, die die elektrische Weiterleitung in neuronalen Netzwerken dauerhaft verändern kann. Sie haben Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren. Sie können sich bestimmte Dinge nicht mehr so gut merken. Sie können sich auch an bestimmte Dinge nicht mehr so gut erinnern. Übermäßige Belastung am Arbeitsplatz, private Probleme und die permanente Reizüberflutung schädigen unser Gehirn. Das Sperrfeuer von außen beeinträchtigt unser Denken und unser Fühlen. Dauerstress kann einen Menschen krank machen. Das musste auch Tim Kallenbach erfahren. Er betreute die Internetauftritte großer Unternehmen. Im Moment ist er arbeitsunfähig. Komplexe Sachverhalte zu erfassen, ist mir extrem schwer gefallen, beziehungsweise war am Ende sogar komplett unmöglich sozusagen. Ich habe sehr viele Flüssigkeitsfehler gemacht beim E-Mail-Schreiben zum Beispiel, habe teilweise wichtige Sachen nicht in eine E-Mail reingeschrieben, die ich einfach vergessen hatte, die mir aber vorher gesagt wurden. Ich kann aus dem Schlaf nicht mehr wirklich eine Erholung ziehen. Und auch am Wochenende, also wenn ich Freitagabends nach Hause komme, dann habe ich mich das ganze Wochenende entspannt, im Sinne von auch körperlich einfach nichts tun. Viel geschlafen, ich bin sehr, sehr müde zurzeit. Ich schlafe auch mittags, wenn mir die Zeit es erlaubt, mache ich ein Mittagsschläfchen. Und ich fühle mich aber nachts am Wochenende, Montagmorgens genauso wie Freitagabends. Also da ist keine Entspannung. Ich schlafe zwar durch, aber der Schlaf gibt mir keine Regeneration. Was den Schlaf so quälend macht, wollen die Münchner Forscher im Schlaflabor messen. Denn Schlafstörungen sind ein häufiges Symptom bei Burnout-Betroffenen. Die Elektroden an Kopf und Gesicht leiten während der Nacht die Gehirnströme ab und zeichnen Muskelaktivität und Augenbewegungen auf. Mit diesen Untersuchungen des Schlafverhaltens hoffen die Forscher, den seelischen Zustand eines Menschen messbar zu machen und das Phänomen Burnout in Zahlen zu fassen. Die Problematik der heutigen Psychiatrie besteht darin, dass wir Patienten in Diagnosengruppen zusammenfassen und diese Diagnosen entstehen ausschließlich aus verbaler Kommunikation. Wir haben keine objektivierbaren Messgrößen. Das ist eine Situation, die unserer Individualität nicht gerecht wird. Denn nicht jeder hat die gleiche Ursache für seine Depression. Der Schlaf als Indikator für die individuelle Stressanfälligkeit? Mit Hilfe der Messung der Hirnstromtätigkeit während des Schlafs können wir sehr gezielte Rückschlüsse auf Veränderungen von Botenstoffen in unserem Gehirn ziehen. Denn ein Ungleichgewicht der Botenstoffe schlägt sich im Schlafmuster nieder, das die Forscher beobachten. Die Gehirnströme können auf ein gestörtes Stresshormonsystem hinweisen und sogar auf ein erhöhtes Risiko an einer Depression zu erkranken. Überwiegen Schlafphasen, in denen wir besonders intensiv träumen, kann dies auf eine Depression hindeuten, selbst wenn noch keine Symptome auszumachen sind. Das macht das Schlaflabor zu einem wichtigen diagnostischen Werkzeug für die Forscher. Jeder Einzelne hat seine höchst spezielle Depression und die wollen wir mit solchen biochemischen Untersuchungen, mit Schlafe-EG-Untersuchungen, mit Bildgebungsuntersuchungen charakterisieren, weil wir in Zukunft ja sehr viel spezifischer behandeln wollen. Um das Rätsel Burnout zu lösen, muss die Wissenschaft erst einmal verstehen, warum der eine stressanfällig ist und der andere nicht. Warum der eine zum Burnout neigt und andere verschont bleiben. Eine Spur führt zu unseren Genen. Molekulargenetiker haben inzwischen erste Gene identifiziert, die darüber bestimmen, wie wir auf Stress reagieren. Es scheint, dass unsere Erbanlagen festlegen, wie gut wir mit Stress umgehen können und wie hoch unser Risiko ist, an Burnout zu erkranken. Umgekehrt wirkt sich Stress auch auf die Gene selbst aus. Dauerstress und traumatische Erlebnisse, Gewalttaten, Katastrophen, andere schwerwiegende biografische Ereignisse, besonders dann, wenn sie in der frühen Entwicklung eines Menschen stattfinden, verändern jene Gene, die unsere Stressreaktion beeinflussen. Gene steuern alle unsere Körperfunktionen. Dafür werden Abschnitte der DNA gezielt ausgelesen und in Eiweißmoleküle übersetzt. Durch chronischen Stress wird die DNA chemisch verändert. Das verhindert, dass die Gene korrekt ausgelesen werden können. Stress kann auf diese Weise tatsächlich auf die DNA einwirken und den menschlichen Bauplan umprogrammieren. Eine chemische Veränderung der Gene, die auch vererbt werden kann. Wir wissen aus unserer Forschung hier am Institut an über 1000 von jungen Menschen, die wir über viele Jahre hinweg untersucht haben, dass diejenigen, die in früherer Kindheit eine negative Erfahrung gemacht haben, ein frühkindliches Trauma, wie man sagt, ein erheblich größeres Risiko haben, später eine Depression zu bekommen. Während eine Depression als Krankheit anerkannt ist und die Behandlung von den Krankenkassen bezahlt wird, sind Burnout-Betroffene oft alleingelassen. Weltweit arbeiten Forscher an Tests, um Burnout diagnostizieren zu können. Doch die Burnout-Forscher sind sich untereinander nicht immer einig. Sie haben inzwischen mehr als 130 Symptome gesammelt. Eine klare medizinische Definition des Begriffs fehlt bis heute. Die Ärzte befinden sich in einem Dilemma. Vor ihnen sitzen verzweifelte Menschen, die leiden. An Burnout, einer Krankheit, die offiziell keine ist. Dirk Hellhammer leitet das Stresszentrum Trier. Ich habe vor elf Jahren auf meine biologische Uhr geguckt und habe gesagt, du hast noch bis zum 65. Lebensjahr zwölf Jahre. Und du hast unglaublich viele Forschungsprojekte gemacht mit deinen Mitarbeitern in der Stressforschung. Aber was hat den Patienten wirklich genutzt? Verschwindet das jetzt in irgendwelchen Fachzeitschriften? Was kann man tun, um dieses Wissen so einzusetzen, dass es den Menschen hilft, die es brauchen? Menschen, die zunächst mit körperlichen Beschwerden den Allgemeinarzt aufsuchen, ohne dass dieser eine organische Ursache ausmachen kann. Der Hausarzt hat nicht viel Zeit. Wir müssen es auslagern und wir müssen es praxiskompatibel machen. Das heißt, der Arzt sollte nicht mehr als fünf bis zehn Minuten Zeit investieren müssen zunächst mal. Das heißt, er macht eine Anamnese, die Krankheitsgeschichte, nimmt Blutdruckmessungen vor und so weiter. Und dann geht der Patient nach Hause. Und zu Hause legt der Patient sich selber dieses EKG an, macht die Messungen, sammelt Speichelproben, nimmt eine Pille ein, die ist Dexamithason, macht wieder Speichelproben, füllt Fragebögen aus, packt alles zusammen und gibt es entweder dem Arzt oder schickt es uns hier in unser Laboratorium. Das EKG verrät, in welchem Zustand das Herz kurz vor dem Einschlafen und kurz nach dem Aufwachen ist. Es gibt Auskunft darüber, ob die Steuerung lebenswichtiger Körperfunktionen gestört ist. Der Cortisolgehalt in den Speichelproben zeigt, ob die Stressreaktion in Schieflage geraten ist. Unser Ziel ist es, dass wir schon im nächsten Jahr auf breiter Ebene Ärzten die Neuropattern-Diagnostik zur Verfügung stellen können. Dass Ärzte, die unsicher sind und gerne diese zusätzlichen Hilfen haben möchten, Neuropattern einsetzen können. Die Patienten können online die Fragebögen beantworten, sodass das alles sehr zeitnah geschieht und die Ärzte dann den Befund auf dem Tisch haben mit konkreten Therapieempfehlungen, die sie dann umsetzen können. Die meisten Fälle von Burnout erweisen sich als Depression und werden auch so behandelt. Oft landen akute Burnout-Fälle zur Erstbehandlung in einer Klinik. Antidepressiva sind derzeit das Mittel der Wahl, um die verzweifelten Patienten zu stabilisieren. Danach muss die medikamentöse Behandlung einhergehen mit psychotherapeutischen Maßnahmen, mit Gesprächs- oder Kunsttherapie, sowie mit viel Bewegung. All das macht aber nur Sinn, wenn die Burnout-Patienten Lebensführung und berufliche Situation ernsthaft überdenken. Natascha Dierbord hat rechtzeitig die Reißleine gezogen und ein neues Leben begonnen. Sie hat die Stadt verlassen, um auf dem Land zu leben. Und sie betreibt nun regelmäßig Sport. Die Reha-Klinik war für mich die Rettung, denn ich habe dort zum ersten Mal andere Betroffene getroffen. Ich dachte, die ganze Zeit, ich wäre irgendwie ein Maßmännchen, aber dort waren nur solche Menschen. Es waren tolle Therapeuten da, tolle Ärzte. Und das Wichtigste für mich war, dass ich zum ersten Mal das Gefühl hatte, ich werde ernst genommen mit dem, was ich habe. Und das war meine Rettung. Es war eine intensive Therapie, Psychotherapie, die sehr geholfen hat, auch in eine Gruppentherapie, die sehr dynamisch ist und sehr hilfreich ist bei Burnout. Und ich habe dort auch gelernt, wieder einen strukturierten Alltag zu haben, einen strukturierten Tag. Also ich hatte einen Stundenplan für den Tag und es hat mir sehr geholfen, wieder sozusagen einen Alltag zu leben. Zehn Monate hat es gedauert, bis Natascha Derbort wieder arbeiten konnte. Weitere vier Jahre hat es gebraucht, die Ursachen zu reflektieren und das Verhalten zu ändern. Und welche Symptome haben Sie? Es war so, dass der Gedanke ja in der Reha-Klinik gekeimt ist und als ich dann zurück ins Arbeitsleben gegangen bin und mich geoutet habe, dass ich einen Burnout hatte, kamen so viele Menschen auf mich zu plötzlich, die mich gefragt haben, ja, wie ist das denn, was ist das denn, wie gehe ich denn damit um, wie bist du denn damit umgegangen? Und es waren dann irgendwann nicht mehr nur Freunde, sondern auch Freunde von Freunden, wiederum Freunde von Freunden. Und das hat so dann zugenommen, die Anfragen, dass ich irgendwann gedacht habe, Mensch, vielleicht würde es ja Sinn machen, so eine Beratungsstelle zu gründen. Durch ihren eigenen Burnout hat sie gelernt, dass Betroffene ihre Situation alleine nicht bewältigen können. Heute hilft sie Burnout-Patienten wie Tim Kallenbach. Es war ja oft, dass man dann zum Arzt gesagt hat, ich finde nichts. Es war neben der wohltuenden Erkenntnis, dass das, was ich habe und wie ich mich fühle, dass es dafür einen Namen gibt und dass ich mir als sicher bin, dass mir irgendwie geholfen werden kann, gab es natürlich eine ganz große Komponente Angst, Angst vor der Zukunft. Also es ist die Angst, die Beweise herauszufinden. Und diese Angst ist eigentlich noch nicht weg. Also ich habe immer noch, auch wenn ich jetzt kurz vor einer Reha-Maßnahme stehe, keine Fantasie, wie es danach weitergehen wird, was passieren wird, ob ich mich fange und wie ich dann lerne, mit den Situationen, die mich bis jetzt fertig gemacht haben, umzugehen in Zukunft. Wenn ich jetzt mich entschieße zu so einer stationären Behandlung, wie sind jetzt, oder wie wären die nächsten Schritte für mich, was muss ich da machen, an wen muss ich mich da wenden oder wer kann mir da helfen auch? Die öffentliche Diskussion ist bei der Lösung des Problems oft wenig hilfreich. Solange Experten sich um Begriffsdefinitionen streiten, anstatt fachübergreifend enger zusammenzuarbeiten und Unternehmen nicht genügend Prävention gegen Burnout anbieten, ist keine Lösung in Sicht. Immerhin wird Burnout von den meisten Wissenschaftlern als ernstzunehmendes medizinisches und gesellschaftliches Problem anerkannt. Derzeit gibt es keinem Beruf, der nicht von Burnout betroffen wäre. Vom Lastwagenfahrer über die Krankenschwester, den Firmenchefs kleiner und mittlerer Unternehmen, bis hin zu den Ärzten, Chirurgen und Anwälten. Burnout hält Einzug in alle gesellschaftlichen Schichten. Auch in solche, in denen die Arbeit zwar ermüdend war, aber es für das Selbstwertgefühl reichte, zumindest gesellschaftlich anerkannt zu sein. Heute ist Jacques Genast immer noch arbeitslos und auf Antidepressiva angewiesen. Während ich an Burnout lid, fühlte ich mich schuldig an dieser Situation. Ich dachte, es wäre mein Fehler, dass ich nicht mehr leistungsfähig bin. Heute ist mir klar, nein, es liegt nicht an mir. Ich habe mich nicht verändert, im Gegenteil. Die Unternehmensorganisation und das Management haben sich verändert. Das Management setzt die Menschen immer mehr unter Druck. Sie verlangen den Menschen immer mehr ab, geben aber nichts zurück. So werden die Leute fertig gemacht. Heute weiß ich, dass der Burnout ein Teil meines Lebens ist. Eine Wunde, die ich so gut wie möglich geschlossen habe. Manchmal aber bricht sie wieder auf. Heute hilft mir das, was mir zugestoßen ist. Wenn man vom Top-Manager abrutscht zum Sozialfall, das ist eine gewaltige Kluft. Ich bin bescheidener geworden und habe zurückgefunden zu dem, was wirklich wichtig ist. Heute weiß ich nie wieder. Es hat drei Jahre gedauert, bis ich gelernt hatte zu sagen, nein, es reicht, basta. Wenn ich also heute zu jemandem nein sage, dann bedeutet das etwas. Und mein Gegenüber spürt, dass mein Widerstand aus einer Erfahrung resultiert. Und derjenige wird nicht mehr in meinen Kopf eindringen und versuchen, mich zu manipulieren. Viele, die in der Burnout-Spirale gefangen waren, finden neue Zugänge zum Leben. Finden zurück zu jenen Werten, die ihnen mal wichtig waren. Dem Leben jene Gefühle wiedergeben, die es lebenswert machen. Farbe ist Lebendigkeit. Der Umgang mit Farbe ist den Kontakt aufzunehmen zur Schöpferkraft, zur eigenen Lebendigkeit. Für viele ist das ganz neu. Es geht hier nicht um Leistung. Es ist ein ergebnisfreier Raum, leistungsfreier Raum. Das kennen die Menschen nicht. Wir sind es ja gewohnt, bewertet zu werden. Denn auch das macht den Menschen aus. Die Freude am sinnfreien Tun. Das Erleben des Moments. Ich glaube, dass dieses Burnout ein Ausdruck unseres Leistungssystems ist. Also ein Ausdruck unseres immer wieder leistungsorientierten Denkens. Es geht da immer um Ergebnisse zu bringen, Leistungen zu erbringen. Und dieses zweckfreie Tun, so nenne ich das mal, das steht überhaupt nicht im Mittelpunkt. Das ist Zeitverschwendung. Immer schneller soll es gehen. Und immer schneller geraten wir an unsere Grenzen. Und rasen unaufhaltsam gegen die Wand. Stress und stressinduzierte Erkrankungen werden die häufigsten Erkrankungen weltweit ungefähr in 10 Jahren sein. Das sagt uns die WHO. Und wir müssen heute Ansätze finden, wie wir diese Krankheiten und diese Symptome, die nicht nur hier in Deutschland relevant sind, sondern weltweit, besser im Griff bekommen. Und dazu brauchen wir sowohl pharmazeutische als auch zum Beispiel verhaltenstherapeutische Ansätze. Eine Lösung, sich selbst besser kennen zu lernen und seine Bedürfnisse ernst zu nehmen. Burn-out ist für mich überhaupt nicht böse. Also ich selbst bin der Meinung, dass Burn-out nur eine natürliche Schutzreaktion des Körpers auf unnatürliche Belastung ist. Hätten wir diese Schutzreaktion nicht, würden wir am Stress sozusagen sterben. Ohne Vorwarnung. Aber Gott sei Dank haben wir diese Schutzreaktion. Und ich empfehle dann auch mit dem Burn-out zu kämpfen und nicht gegen den Burn-out. Ich würde sagen, ich habe den Burn-out im Griff. Und das wird so lange bleiben, solange ich achtsam mit mir umgehe und einen gesunden Rhythmus einhalte. Aber die Gefahr, nochmal einen Burn-out zu kriegen, ist immer präsent. Es gibt bis heute keine allgemeingültige Erklärung für das Phänomen Burn-out. Doch eines ist sicher. Es ist kein bloßer Medienhype, sondern reales Leiden. Unsere Aufgabe ist herauszufinden, welche Faktoren dazu beitragen, dass Menschen gesund bleiben oder krank werden. Und in dem, wie wir mehr und mehr solcher Faktoren identifizieren, können wir als Wissenschaftler natürlich Empfehlungen aussprechen. Wir können aber natürlich nicht dazu beitragen, dass wir unmittelbar die Arbeitsbedingungen verändern, dass wir das zwischenmenschliche Zusammenleben in den Familien verändern. Insofern ist das eine Aufgabe, die wir an die Politik weitergeben müssen. Und ich denke, da sind wir Wissenschaftler, Ratgeber, aber nicht die primären Akteure. Für den Betroffenen kann Burn-out der entscheidende Warnschuss sein. Das Wichtigste ist mir heute, dass ich bei mir bin, dass ich das mache, was mir wichtig ist, dass ich mich nicht mehr verbiege und dass ich bewusst mit mir umgehe und dass ich einfach bei mir bleibe. Und das, was außen ist, ist mir überhaupt nicht mehr wichtig. Man muss sich besinnen, denke ich. Man muss mal in den Spiegel gucken und sagen, wie geht mein Lebensweg eigentlich weiter? Will ich das tagtäglich machen? Was nützt es mir, wenn ich 60 oder 70 Jahre alt bin und zurückschaue mit darunterhängender Zunge, darunterhängenden Armen und merke, das Leben ist vorbei und ich habe eigentlich nichts davon gehabt, vielleicht ein bisschen mehr Geld verdient, aber sonst nichts. Also ich glaube, man sollte früh auf eine vernünftige Sinnfindung achten. Also für mich ist es das Schlimmste und aber auch das Beste, was mir je passiert ist. Denn mir hat es gezeigt, was mir wirklich was im Leben bedeutet, wer ich wirklich sein möchte. Und für mich war es eine Riesenchance zu persönlichen Veränderungen. Es war wahnsinnig schmerzhaft, die Erfahrung, also auch seelisch, aber es war auch eine Riesenchance für mich, eine Veränderung vorzunehmen, und zwar zum Positiven hin. Und das habe ich auch gemacht. Was individuell hilft, gilt auch für die Gesellschaft. Prävention und Achtsamkeit sind der beste Schutz vor Burnout. Das gilt auch für den sogenannten Sekundenschlaf, dem wir nächste Woche auf die Spur kommen. Und gleich machen drei libanesische Geschwister aus Neukölln die Hip-Hop-Szene unsicher. Doch unsicher ist auch ihr Aufenthaltsstatus in Deutschland. Eine Dokumentation. Eine Dokumentation. Untertitelung des ZDF, 2020